Ahoi ihr Lieben, von der Norwegian Epic, dem Schiff von Norwegian Cruise Line, das ja gerne mal im Mittelmeer unterwegs ist. Und ja, es ist Zeit für den ganz, ganz, ganz langen Rundgang. Wobei, naja, schauen wir mal, wie lange er wirklich wird am Ende. Wir starten hier auf Deck 15. Hier ist einmal im Heckbereich dieser sogenannte Bereich Spice H2O oder H2O, ja, also wie man immer das auch ausdrücken möchte. Ja, und das Markante ist einmal hier direkt am Heck dieser Pool. Der ist wohl am Abend auch abdeckbar, sodass man das Ganze hier in eine Tanzfläche verwandeln kann. Hier befindet sich dann so ein großer Bildschirm, auf dem abends unter anderem auch Filme gezeigt werden. Hat allerdings so ein bisschen den Haken, dass man nicht so wirklich Kontakt hier zum Meer hat. Also, wenn ich jetzt hier mal gucke, kann ich hier jetzt irgendwo mehr sehen. Na gut, jetzt sind wir gerade im Hafen von Neapel. Aber, also, ja, da ist irgendwo Wasser. Da, ja. Also, das ist tatsächlich das Einzige, was hier wirklich so ein bisschen schade ist. Jetzt tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr ist das Ganze übrigens dann auch nur für Erwachsene zu nutzen. Weil man eben sagt, so, oh, das soll so ein Bereich sein, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Und wenn jetzt hier Kinder rumlärmen würden, wäre das ja nicht so wirklich der Fall. Wobei das jetzt natürlich an so einem Hafentag hier auf dem Schiff sowieso extrem ruhig ist, muss man wirklich so sagen. Ja, das Ganze findet sich ja auch, dieser Spice H2O oder H2O-Bereich, findet sich ja auch dann auf den neueren Schiffen wieder von Norwegian Cruise Line. Das hat man also tatsächlich so belassen. Ja, wobei sich hier vieles auf der Epic auch findet, was man dann später aufgegriffen hat. Auch wenn man sagen muss, dass die Epic ja das einzige Schiff war ihrer Klasse. Das war ursprünglich mal anders geplant. Aber am Ende ist es dann bei diesem einen Schiff geblieben, wo man vieles ausprobiert hat. Ja, wo vieles vielleicht auch nicht so ganz glücklich gelaufen ist. Und ja, deswegen hat man sich entschlossen, es dann bei dem einen zu belassen. So, hier ist dann so ein Bereich. Hier gibt es dann später am Abend oder auch mittags teilweise auch schon, wenn es so wie Seetag ist. Hier gibt es Snacks und hier können wir nochmal runtergucken. Hier hat man nämlich einen wirklich guten Blick. Ja, entschuldigt, dass ich heute hier mit Sonnenbrille dabei bin. Aber ihr seht, es ist wirklich, ja, so traumhaft sonnig heute, auch wenn es jetzt gar nicht so warm ist. Also wir haben jetzt irgendwie so, ja, ich denke mal so 19, 20 Grad. Aber als ich vor drei Wochen hier in Neapel war mit, welchem Schiff eigentlich? Mit der Costa Deliciosa, genau, da war es irgendwie 8 Grad und kalt. Und hier ist dann die Bar, Spice H2O. Bevor wir jetzt hier gleich weitergehen, hier unten nehme ich schon mal einen Blick hier rein. Dort geht es dann zu dem weiteren Pooldeck. Aber jetzt geht es erstmal nochmal höher. Jetzt sind wir ja gewesen quasi auf Deck 16. Und nach Deck 16 folgt ein Bereich, wo ich bis eben auch noch nicht gewesen bin, nämlich Deck 17. Aha, guck mal, hier kann man nämlich Sport machen dann. Was ist das hier für ein Turm? Ja, da kann man irgendwie, was kann man da drin klettern oder was? Das erschließt sich jetzt auf den ersten Blick hin nicht, was das ist. Also hier unten sieht fast aus wie ein Trampolin, aber ja gut, egal. Ja, hier, achso, das ist ein Rutschenturm. Also hier ist ja so eine Rutsche, ja, eine etwas kleine. Und hier gibt es nun, ja, die wäre so schon wirklich schönen großen Basketballplatz. Das ist richtig toll. Ja, im Großen und Ganzen, so von der Anmutung her, ne, ist es schon ein bisschen kahl, ne. Wenn man das so sieht hier, dieser Bodenbelag und so. Ja, der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nur so mittel. Das macht einen etwas kalten Eindruck. Ja, ist jetzt nicht so, dass man da so, häufig hat man ja so leicht Gummiertes oder so, oder so Holzoptik. Das gefällt mir persönlich schöner als jetzt das hier. Ja, wo wir jetzt die Bar hier gerade sehen. Getränke bei Norwegian Cruise Line, ja, erfreulicherweise nun für die Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz im Preis enthalten. Und zwar nicht nur im Rahmen irgendwelcher Aktionen, sondern das Schöne ist immer. Aber, ja, wenn man nun aus anderen Märkten kommt, aus Amerika zum Beispiel, da gibt es höchstens mal so Aktionen, wo das kurzfristig mal, kurzzeitig mal im Angebot enthalten ist. Aber für uns Deutsche eben nun nicht. Das ist sehr erfreulich, denn die Getränkepreise haben es hier wirklich in sich. Aber, wie gesagt, kann uns egal sein. So, ja, hier hängen dann so Entspannungssitze. Jetzt muss man sagen, jetzt hier ist es jetzt gerade relativ frisch und windig. Dann merkt man, es sind halt doch nur 19 Grad. Wobei, ich will das mal ausprobieren. Aha, das ist hier, was ist das hier, so ein Kissen. So, jetzt würde man sich hier reinsetzen. Ja. Und, ups, bin ich da wogegen gehauen hier. Aber, ach nee, das liegt daran, hier unten ist jeweils dieser Sitz festgeknotet, ja. Dass man also nicht zu sehr sich hier bewegen kann. Ja. So, also das hier auch, dieser Durchgang, ja, das findet sich dann auch teilweise wieder auch auf den anderen Schiffen. Weil das ist ja schon von der Architektur des Pooldecks, wenn man das jetzt mit anderen Reedereien vergleicht, schon vergleichsweise ungewöhnlich. Ja, hier eine, ich kenne aber fast immer nur noch die englischen Begriffe hier, Rock Climbing Wall. Ach so, ja, könnte man ganz einfach übersetzen mit Kletterwand hier. Das hat es echt in sich, ne. Gestern sind hier welche geklettert, wenn man jetzt hier hochklettert und dann da dieser Vorsprung, da rumzukommen. Boah, das ist wirklich so, dass das, glaube ich, nur den aller, allerbesten Kletterern gelingt. Ja, diese von mir etwas kritisierte Ungemütlichkeit setzt sich hier durchaus fort. Ja, wenn wir hier mal schauen. Also, das ist einfach nicht so sehr schön, muss man wirklich sagen. Ja, ist aber die Frage, wer des Kriegs entscheidend ist, ne. Aber es ist natürlich so, ich habe hier wenigstens Schattenplätze. Das finde ich ja immer ganz gut, weil ich wiederhole, dass ja immer gebetsmühlenartig ich mich ja so gut wie nie in die Sonne lege. Deswegen ist meine Haut auch so hell, dass ich wahrscheinlich gleich einen Sonnenbrand kriege, wenn ich hier ein bisschen rumlaufe. Aber gut. Hier sehen wir schon, eine von drei Rutschen. Die haben es auch in sich. Das etwas spektakulärere Modell sehen wir gleich noch, wenn wir hier einmal gleich um die Ecke schauen. Ja, das sind ja auch diese Schornsteine. Wirken ja hier monströs. Ja, Wahnsinn. So, hier ist etwas, etwas für Kinder. Die können hier spielen. Aber wir wollen eben einmal hier rumgehen. Und jetzt geht es dann zum entsprechenden, ja, wenn man so will, Hauptpool-Deck. Ach so, hier habe ich noch so etwas vergessen. Aha, in diesem Raum dahinter, Video-Arcade, da sind so Videospiele und so weiter. Also, sowas kennt ihr ja auch. Und hier kann man eben auch sitzen, ganz entspannt. Häufig dann auch im Schatten auf diesen Rattan-Möbeln. So, ja, wenig los heute. Das setzt sich hier vor. Ne, ich gehe mal lieber hier lang, sonst komme ich da nicht weiter. Liegen, 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 liegen. Da muss man auch in der Regel nicht verdursten auf diesen liegen. Denn freundlicherweise kommt dann auch mal gerne jemand vorbei und serviert Getränke. Weil, wie ich schon sagte, All-Inclusive nur für Deutschland, Österreich, Schweiz in der Regel. Und ja, das bedeutet natürlich auch, das Schiff ist schon darauf ausgelegt, auch immer noch Getränke zu verkaufen. Sodass ich relativ viele, viele, viele Bars und Kellner habe. Was im Unterschied ist, beispielsweise zu TUI Cruises, wo ja nun alle All-Inclusive haben. Und dementsprechend, ja, ist es da, sage ich nur, etwas Bars und Kellner und so weiter angeläht. Was weniger, als ich es hier habe. So, hier sehen wir schon hier die spektakuläre Rutschenkonstruktion hier mit diesem Trichter. Wobei ich vorschlagen würde, dass wir da einfach mal hochgehen. Ich wollte gestern schon mein erstes Video da machen. Also nicht nur ein erstes, also gestern ein Video auf der Rutsche. Nur war es dann so, ich habe so eine, ja, etwas ältere GoPro 1. Leider war dann da der Akku. Ach, 45 Sekunden alle und es war nichts drauf. Dabei war es gestern grau und es war kühl und überhaupt. Also das war schon wirklich, ja, eine richtige, also da habe ich mich schon richtig für euch ein Zeug gelegt. Aber muss ja heute nochmal machen. Aber heute scheint auch die Sonne. So, einmal diese hier. Und hier ist der Auslauf dieser lilanen Rutsche. Ist das, ja, jetzt, ich tue mich ja mal mit Farben so ein bisschen schwer. Ist das jetzt lila oder eher rosa? Ja, okay. Irgendjemand sagte purple, also lila. So, und jetzt wollen wir wenigstens mal einen Blick hier werfen. Sieht man jetzt immer noch nicht, müssen wir noch höher, ne? In diesen, in diesen interessanten Trichter. Vorteil ist halt, ja, es ist dann schon mal was Besonderes von der Rutsche her. Nachteil ist, es ist natürlich, wenn man das mal so sieht, auf diesem Pooldeck hier sehr dominant. Ja, also das, ja, muss man sich dann so überlegen, ne? Als Reederei, ob man das möchte, ob, ach guck mal, hier, da kommt jemand. Also man schießt da erst mal so raus. Vor allem das Witzige ist der Junge, der ist da jetzt wirklich schnell. Als ich da gestern bin, da zwar auch rausgeschossen, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich zehnmal so viel wiege, wurde ich dann so langsam in diesem Trichter. Ja, das war dann wirklich schon mal was anderes. Genau, und da verschwindet man dann und dann da unten irgendwo ist dann der Auslauf. Ja. Kinderschreien, also scheint es gut zu sein. So, da oben, wo wir das, da werden wir jetzt nicht hingehen, da wird es ein extra Video zu geben. The Haven, The Haven Courtyard. Auch, äh, also der Bereich, der für Suiten-Gäste nur ist, der, der ganz, ganz, ganz exklusive. Den, wie gesagt, jetzt nicht zu sehen. So, jetzt wieder runter. Ja, man holt sich also so einen Reifen. Der wird da unten ausgegeben. Ups. So. Nicht fallen. Also, jetzt geht es wieder runter für mich auf unser ursprüngliches Deck 15. So. Jetzt höre ich hier eine Kreissäge oder was. Ob hier auch irgendwelche Bauarbeiten stattfinden. Aber wie das dann immer so ist an den Hafentagen, ja, da ist dann einiges zu erledigen. Ach so, ja, hier, hier finden da irgendwelche Arbeiten tatsächlich statt. So, jetzt wollen wir uns doch mal dieses Pooldeck so ein bisschen näher anschauen. Hier also der Auslauf der Rutsche, die durch den, durch den, äh, Trichter geht. Das ist einmal hier. Ja, das ist schon immer so, dass da jemand ist, der auch aufpasst. So, also das ist, äh, ja, durchaus sichergestellt. So, und da ist der Nächste. Jawohl. Jetzt gehen wir mal zu den Pools. Es ist halt relativ zugebaut, ne, dieses Pooldeck. Es ist jetzt nicht so, dass man hier viel, viel, viel Platz hätte. Ich wüsste jetzt hier auch nicht so recht eine Stelle, wo man jetzt hier gut eine Poolparty machen könnte, hier auf dem Hauptpooldeck. Das geht halt am Ende wirklich nur in diesem Spice-H2O-Bereich. Ja, zwei Pools haben wir hier an dieser Stelle. Ja, von der Größe sagen wir es überschaubar. Ich schätze, das sind so, na, acht Meter oder so. Ein Meter vierzig Wassertiefe haben wir hier. Ja gut, nutzt jetzt gar keiner. Auch wenn es durchaus okay jetzt wäre von der Temperatur, denke ich mal, ne. So, jetzt werde ich hier mal wieder rausgehen, ja, weil das ist für, ja, wobei, ja gut, hier kann man dann so ein bisschen planschen auch hier, ne, mit den, mit den Springbrücken, ähm, mit den Fontänen, ja. Also das ist ja dann für Kinder vielleicht auch ganz nett, wenn es vielleicht noch ein Tick heißer ist. So, jetzt gehen wir mal Richtung Außenbereich vom Buffet-Restaurant. Vorher gibt es hier auch noch Bars wieder. Nein, also genau eine Bar. Das ist aber für eine Poolbar wirklich eine riesige Bar. Eine riesige Poolbar, die Waves Bar. Hier gibt es auch, man sieht es, da am Rande, eine Kaffeemaschine. Die gibt es nicht überall, nicht an jeder Bar. Also das ist ganz wichtig. Wobei der Kaffee nur, bitte mich, also wenn ich das wirklich richtig verstanden habe, der Kaffee ist dann nur inklusive bei den Mahlzeiten. Also ich kann den am Ende des Essens bestellen, aber jetzt nicht einfach so. Das ist ein bisschen kompliziert, das Ganze, ja. Warum das nun so ist, wer weiß. Also der Kaffee war dann aber auch gut. Das ist guter Lavazza-Kaffee. Also da will man gar nichts sagen, aber eben so kriegt man den nicht. Dafür kann ich alle Cocktails bestellen, bis 15 Dollar einschließlich. So, ja, hier draußen kann man sitzen. Das ist dann auch überdacht, teilweise. So. Ach so, und das gibt ja genau, da müssen wir da gleich mal lang gehen, in den Außenbereich vom Buffet-Restaurant. Das heißt dann ja immer The Great Outdoors-Café. So, das ist dann hier. Hier kann man in der Regel auch frühstücken. Also heute Morgen habe ich da ein leckeres Omelette gegessen, was frisch zubereitet wurde. Und hier, ja, guck mal, versuchen wir mal, ob Badai zu überhaupt reinkommen, in das Garden Café. Also die Tür da ist zu. Insofern gucken wir mal, wie weit wir da jetzt kommen. Aber ihr wisst ja, geschlossene Türen heißen immer Betreten verboten, außer für Schiffstester. So. Also gucken wir mal. Ach, es geht. Ja. Also es geht. Oh Gott. So, jetzt gucken wir mal. Hier einmal, gleich wenn man drauf zukommt, eine Bar. Und hier sind dann halt diese ganzen Linien sozusagen. Ja, ist das die richtige Übersetzung? Allein, sagt der Amerikaner. Wo ich dann hier mein Essen holen kann. Und hier sind natürlich jetzt die ganzen Vorbereitungen auch schon fürs Mittagessen. Geöffnet ist hier auch am Abend zum Frühstück. Und dann gibt es auch noch einen Late-Night-Snack. Also bis 23.30 Uhr oder so. Ja, also da besteht wirklich nicht die Gefahr, dass man verhungert. Wobei es auch ein Restaurant gibt, das 24 Stunden geöffnet hat. Ja, hier hinten. Wollen wir mal sehen hier, ne? Ein ganz schöner Blick nach hinten raus. Ja, vor allen Dingen, das ist meine, es wirkt natürlich heute auch alles zehnmal so gut mit der Sonne. Ja, wenn es grau ist, habe ich da jetzt nicht so viel von. Ach, guck mal. Und hier kann man auch tatsächlich auf den Bugbereich gucken. Ja, der jetzt auch tendenziell eher kahl, ne? Dieser Pool, der da unten ist, das ist der Crew Pool. Also der ist dann für Urlauber wie uns dann nicht zu nutzen. Deswegen, ich hier euch noch langführe, ein ganz wichtiger Punkt. Oh, jetzt ist hier wirklich, scheint hier so General Cleaning oder so zu sein. Die sind ja hier so beschäftigt. Weswegen, ich hier euch langführe, hier unten ist das italienische Restaurant. Es gibt zahlreiche Restaurants, die sind im Reisepreis enthalten. Das Restaurant ist es nicht, das italienische. Das hat in der Regel zum Mittag geöffnet. Und da zahle ich eben, hallo, da zahle ich eben, da zahle ich eben einen Aufpreis. Genauer gesagt, man hat das irgendwann mal verändert. Man zahlt jetzt nicht mehr eine Pauschale in den meisten Restaurants hier, sondern man bezahlt per Item sozusagen, also pro Stück. Ja, so, hier gibt es auch einen kleinen Buffet-Bereich. Und hier kann ich dann sitzen. Ja, guck mal, hier habe ich natürlich wirklich mal einen sehr, sehr, sehr schönen Blick beim Essen im Spezialitäten-Restaurant. Das habe ich natürlich nicht in allen Restaurants, dass ich da so einen tollen Blick habe. Auch hier läuft wieder Musik. Ja, hier bin ich vorher auch noch nicht gewesen. Aber eigentlich so ganz schön. Ja, und das kann eben auch dann hier, ja, es ist so ein bisschen so ein Bereich, den man dann auch als Buffet-Restaurant benutzen kann. Es ist also nicht nur das italienische Restaurant, sondern morgens, wenn es dann mal voller wird oder so, gibt es da auch Teile des Frühstücks. Tja, bevor ich hier eigentlich weitergehe, können wir genau jetzt eigentlich mal einen, ups, glatt hier, ups, genau jetzt eigentlich mal einen Cut machen. Wir waren ja eben, dieses italienische Restaurant ist ja auf Deck 14 und von dort komme ich jetzt nicht weiter auf Deck 14, aber deswegen machen wir jetzt mal einen Sprung. Und da springen wir Richtung Spa und Sportbereich. Und weiter geht es auf Deck 14 beim Spa, beim Sportbereich. Ja, es gibt Saunen, die wir leider nicht zeigen können mit Thermalbad und so weiter. Das ist allerdings auch nicht kostenlos zu nutzen, sondern ich zahle dort am Tag einen Aufpreis von 39 Euro, also schon eine gewisse Investition, wobei ich auch einen Wochenpass buchen kann, der dann so knapp unter 100 Euro kostet. Also das ist dann immerhin eine Möglichkeit. So, ja, guck mal hier, gucken wir uns mal um. Ich glaube, hier geht es zum Friseur, richtig. Können wir hier mal reingucken mit Blick, während man frisiert wird nach draußen. Aber wir wollen eigentlich mal in den Sportbereich, in das PULS Fitness Center. Und da geht es dann hier lang. Ich nehme an, da ist heute am Hafentag nicht so wirklich viel los. Von der Größe ist es jedenfalls richtig groß. So, hier geht es einmal lang. Ja, da sieht man schon hier wirklich, also gehört zu den größeren Fitness-Zentern auf See. Hier kann ich ein Ausdauertraining machen. Und dann hier auf der anderen Seite, hier wo es ein bisschen dunkler wird, da sind dann die ganzen Kraftgeräte. Da habe ich frei handeln. Und, und, und. Ja, also wer sich gerne bewegen möchte im Urlaub oder sich bewegen muss, die mehr, ja. Es ist eigentlich ein bisschen einfacher, lieber ein bisschen weniger zu essen. Muss man sich auch nicht so viel bewegen, aber, ja, das tun die meisten von uns ja dann doch nicht. Hier ist ein Spinningraum. Spinningkurse. Hier ist ein Kursraum, hier werden dann, ja, zu so Themen erzählt, wie man weniger Fußschmerzen hat oder wie man einen flachen Bauch bekommt. Natürlich, indem man irgendwelche Anwendungen hier bucht, ist ja klar. Ah, ja, guck mal, das ist ja auch noch ein interessanter Raum hier über zwei Decks. So, und an diesem Gerüst, da kann ich so an TRX-Bändern trainieren, ja. Was ja auch sehr populär ist. Ja, also Fitnessstudio kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, das, wie gesagt, das Einzige, was wir jetzt hier sehen können von Sport and Spa sozusagen. Und, ja, das war es auch hier schon eigentlich im Wesentlichen. Groß und Ganzen mit den Bereichen hier so auf den oberen Decks. Und deswegen springen wir auch schon mal gleich weiter jetzt auf die unteren öffentlichen Decks. Und diese öffentlichen Decks, das sind die Decks 7, 6 und 5, die wir uns jetzt angucken. Ja, die sind interessanterweise auch bei den späteren Schiffen von Norwegian Cruise Line recht ähnlich dann. Also auch von der Anordnung diese drei Decks. Ja, hier wollen wir einmal reingucken. Hier ist einmal das Cagney's Steakhouse. Das Steakhouse, das befindet sich von hier aus gesehen jetzt auf der rechten Seite. So, das können wir hier sehen. Geht doch schon Alarm los, um Gottes Willen. Aber hier ist einmal eine Bar in der Mitte. Ja, so, hier ist das Cagney's Steakhouse. Ja, das Steakhouse, da habe ich immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht bei Norwegian Cruise Line. Diesmal habe ich hier nicht gegessen. Muss ja dann nicht immer Steak sein. Da habe ich Steak, gab es auch im Hauptrestaurant unter anderem. Ja, das ist einmal hier. Auf den späteren Schiffen hat man dann da ja einen Außenbereich. Hier kann man schon mal reingucken. Ich hoffe, da kommen wir gleich überhaupt hin. In den Manhattan Dining Room. in eines der inkludierten Hauptrestaurants. Da findet gerade eine Probe statt offensichtlich. Ja, und jetzt gucken wir mal rüber. Hier ist die Moderna Ciudasqueria. Das ist so ein Rodizio, nennt sich das bei uns in Deutschland häufig. Wo dann so Menschen rumkommen mit Spießen und die dann da Fleisch abschneiden. Und das Ganze kann man dann ergänzen durch Salat, den es dann hier gibt. Steakhouse zahle ich halt pro Stück. Und in der Ciudasqueria zahle ich einen Aufpreis von etwa 25 Dollar plus 18 Prozent Service-Charge. Ja, also das muss man immer noch bedenken, dass da immer noch ein Aufschlag dann von 18 Prozent kommt. So, ich gehe wieder zurück. Ja, das ist jetzt hier in diesem Innenbereich schon alles so ein bisschen dunkel gestaltet. So mit dunkler Holzoptik, die sich auch in den Kabinen ja wiederfindet. Das ist auch eigentlich so eine typische Geschichte bei Norwegian Cruise Line. So, wieder raus hier. Ups. Oh Gott. Dieses Piepen hört sich ja nicht gut an. Ja, also dieses Dunkle eigentlich relativ typisch. So, und jetzt kommen wir hier auf die Promenade, wenn man so will. Hier kann man dann runtergucken auf eine Bar. Interessanterweise hat man hier so Glas überall angebracht, ja. Wahrscheinlich, wenn da unten die Drinks gemixt werden, dass da keiner reinspuckt oder so, ja. Das ist irgendwie... Da haben wir das nämlich nicht. Hier im nächsten Bereich, wo man da nämlich so runtergucken kann. Da hat man dieses Glas nicht. Da kann ich dann runtergucken. Ins Casino, weil heute Hafentag ist, dürfen wir da auch ja rein, freundlicherweise. Yeah. So, hier ist der Barbershop. Hier kann ich mich rasieren lassen. Also eine ungewöhnliche Position so hier, ne. Mittendrin. Ja, dass da nun so eine Möglichkeit ist, sich zu rasieren. Also das würde man irgendwie im Spa vermuten oder so. Ist es aber nicht. Ja, hier zahlreiche Läden mit Getränken, mit Zigaretten. So, hier in diesem hinteren Bereich bin ich auch noch nicht gewesen. Ja, auch um diese Zeit wieder musikalisch doch einiges zu hören. Ja, also das ist jetzt nix hier, wenn man hier sitzen möchte, um total seine Ruhe zu haben. Die Bar aber auch geschlossen. Wobei man hier jetzt, weil es eine reine Reise, denke ich, innerhalb der EU ist, müsste man jetzt hier auch, wenn man jetzt Getränke, wenn die Bars jetzt offen hätten, müsste man dann zusätzlich zu der Service Charge auch noch die italienische, in dem Fall Mehrwertsteuer zahlen. Das kommt also auch noch dazu. Also, ja, ist dann schon eine gewisse Investition. Aber wie gesagt, wir Deutschen haben ja die Getränke inklusive. Ja, hier auch nochmal so Sitzbereiche. Teilweise hier mit interessanter Kunst. So, auch da an der Wand. Ja, jetzt kommt hier dieser zweite Atriumsbereich. Was ich noch nie gegessen habe bei Norwegian Cruise Line ist Sushi. Hier im Wasabi, in der Wasabi Sushi Bar. Und auch wieder mit einer Bar noch zusätzlich. Also, die Sushi Bar da hinten und die Bar dann hier noch zusätzlich. Ja, hier sieht man schon ein Klavier. Denn Musik gibt es natürlich auch hier und da. Was relativ beliebt ist bei Amerikanern, sind Martinis. Also, diese starken Cocktails in so einem spitzen Glas. Und deswegen gibt es hier die Shakers Bar. Das ist eine spezielle Martini Bar. So, hier kann man dann natürlich auch sitzen. Ja, und hier gibt es dann so eine Sache, da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht rein. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nämlich die Ice Bar. Ja, also das ist tatsächlich auch mal was ganz anderes. Dass man irgendwann, hat man ja überlegt, so was kann man für Sachen implementieren auf Kreuzfahrtschiffen. Und da war ja Norwegian Cruise Line ja schon immer relativ stark, Innovationen zu bieten. Also Dinge, die andere in der Kreuzfahrtindustrie eben noch nicht bieten. Und diese Ice Bar, das war irgendwie als 2010 hier dieses Schiff hier neu war, war das was ganz Besonderes. Ihr seht, wir gehen hier schon durch zahlreiche Shops. Beziehungsweise wir gehen an zahlreichen Shops vorbei, weil Indie-Shops selber können wir natürlich auch nicht, weil die geschlossen sind. So, hier gibt es dann auch immer, ja, die üblichen Sonderverkäufe hier an diesen Tresen. Ja, so, besonders dann beliebt, habe ich gestern schon gesehen hier bei den asiatischen Mitreisenden, ja. Ja, also deswegen ist es ja nicht so überraschend, dass man mit der Norwegian Joy ein Schiff baut, was dann komplett auf den asiatischen Markt geht. Weil die Asiaten ja sehr, 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 ja, spendierfreudig, ausgabefreudig sind. So, hier können wir mal runtergucken. Mhm. Ja, die Teppichböden so, ne. Da gilt auch das Gleiche, auch eben relativ dunkel, relativ gedeckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt als sonderlich unangenehm irgendwie empfinden würde. Irgendwie ist es dunkel, aber dabei doch vergleichsweise freundlich. Doch, ja, finde ich schon. Ja, hier nochmal einen Blick rein in die Läden. Also shoppen kann man hier ohne Ende. Wir nähern uns dem vorderen Bereich von Deck 7. Dort gibt es im Moment noch die Bliss Lounge. Da hat man einiges. 2015, Ende 2015 war das Schiff in der Werft, hat man schon ein bisschen was verändert. Man hatte dort zum Beispiel eine Bowlingbahn. Die gibt es dort nicht mehr. Bowlingbahn noch an anderer Stelle, sehen wir gleich noch. Bliss gibt es nicht mehr auf der Norwegian Escape. Das ist das erste Schiff, wo man dann tatsächlich so eine Disco, so einen Nightclub wieder entfernt hat und den nicht mehr hat. Das ist hier wirklich noch so eine riesige, riesige Lounge. Eine riesige, ja, wie soll man es nennen, Nightclub Lounge. Ja, ist es ein Nightclub oder eine Lounge? Also beides geht ja eigentlich nicht. Nightclubs haben ja eigentlich die Eigenschaft, dass sie ein bisschen kleiner sind. Aber das hier ist dann eher so eine riesige Lounge. Ja, das ist halt etwas, was so in dieser Form eigentlich auf Neubauten dann nicht mehr zu finden ist. Ja, das ist etwas. Ja, das ist also, das ist wirklich, kann man eigentlich wirklich sagen, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen ausgestorben. Weil es, warum? Weil es eben extrem schwierig ist, diese großen Flächen zu bespielen am Abend. Ja, weil ich meine, guck mal, jetzt kann man zwar hier hinten sitzen, aber ich habe irgendwie keinen Blick dazu, diese Art Bühne oder so. Ja, also, ja, das ist eben etwas so. Das hat man, früher hat man das gemacht, diese riesigen Lounges, wo nichts, die nichts Besonderes eigentlich bieten. Aber heute macht man das eigentlich nicht mehr. So, ja, deswegen, also, ihr seht das, ihr euch, riesige Lounge. Ja, also, hunderte Menschen passen hier rein. Nicht alle mit Sitzplatz, das ist klar, aber, ja, auch wenn sie stehen oder so. Ja, so, hier die Bar. Ist so sehr, also so eine quadratische Bar übrigens sehr praktisch. Ja, weil die Barkeeper haben da wirklich maximale Flexibilität und es geht alles ganz flott. Habe ich gestern Abend selber gemerkt. Wir gehen wieder zurück. Ab einer gewissen Zeit, ich glaube, ah, wie ist das jetzt, ab 18 Uhr oder, äh, Quatsch, ab Mitternacht. Darf ich nur ab 18 Uhr rein oder so, oder ab 1 Uhr. So, also, jetzt gehen wir ein Deck tiefer von der Bliss Lounge und dann kommen wir auch gleich schon in Kürze. Warte mal, kommen wir hier schon ins Theater rein, bin ich gerade nicht ganz sicher. Ja, ja, hier diese Treppenhäuser. Auch das, so sei es nochmal angeguckt, kurz hier. Ja, ja, viel mit Spiegel, viel Glanz, so. Wobei es Glanz, es ist Glanz, aber kein Blink-Bling, würde ich sagen, ja. Also es ist nicht so, dass man das jetzt so, irgendjemand sagte neulich über ein anderes Schiff, wo ich gefilmt habe. Das wäre ihm so vorgekommen, wie eine Mischung aus Eisdiele, eine Mischung aus Eisdiele und, ähm, und Autoscooter. Ja, die Frage ist, ne, hier ist jetzt das Theater. Die Frage ist, da hängt jetzt, da ist jetzt so eine Kordel davor, ne. Ob wir da jetzt gar nicht reingucken oder, da ist wahrscheinlich Probe hier für Priscilla, Queen of the Desert, was heute Abend ist. Ähm, tja, nicht, dass das wieder anfängt zu piepen hier. Ah, na, es geht. So, also hier können wir wenigstens kurz mal gucken. Ja, als rausgeschmissen werden können wir nicht. Ja, so und, ähm, ja, das ist hier also nur das Theater. So, schnell wieder raus, hat keiner gesehen. Ja, man muss das natürlich respektieren, ne, wenn die da am, äh, am Proben sind. Ja, 650, äh, ist natürlich, ist natürlich relativ klein, aber es ist eben auch so gedacht, dass man da gar nicht jeden Abend reingeht. Sondern, dass man sich eben die zwei großen Shows, Burn the Floor und Priscilla, äh, Priscilla, Queen of the Desert, eben jeweils einmal anguckt. Ja, und so komme ich dann eben mit, äh, mit 650 Leuten aus. Hier gibt es jetzt das Spiegelzelt, in dem eine Dinnershow stattfindet. Ja, ach, do not enter, Mensch. Show in progress, na, das kann nicht sein. Die Show ist alles noch nicht, aber soll ich mal vorsichtig gucken, ob wir da mal reingucken können, aber... Ja, ganz vorsichtig auch wieder. So, ach ja, ist ja gar keiner, hier von wegen do not enter. Also, hier findet daneben so eine Dinnershow statt. So, und das Ganze eben über zwei Decks. Ähm, das Ganze gegen Aufpreis. Wenn ich auf diesen besseren Plätzen sitzen will, zahle ich im Moment 39 Dollar plus 18 Prozent Service Charge. Auf den schlechteren Plätzen dort oben 29 Dollar. Dafür gibt es ein Dreigangmenü und eben so eine Show mit Clown, mit Akrobatik. Also, im Zirkus-Style. Ach so, ja, Zirkus. Das ist das Motto quasi dieser, dieser Show. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ja, also das Spiegel-Tent sollte man natürlich reservieren, ganz klar. Wenn man reservieren möchte, gibt es hier das sogenannte Box-Office. Box-Office, das ist ja so ein Begriff, kennt man vielleicht aus New York oder so. Da gibt es dann auch diese Box-Offices, wo ich dann eben Tickets reservieren kann. Ach so, ja, guck mal, hier springen wir mal ran. Da kann man dann sehen, was ist noch verfügbar her. Ja, ein Platz für den Comedy-Magier um 19.15 Uhr, 26 Plätze für die Dinnershow Cirque Dreams. Ja, Priscilla, Queen of the Desert. Nur noch Stand-By. Ja, also Stand-By, das sind dann die Menschen, die in einer Schlange stehen müssen. Headliners, Comedy Club. So, der ist hier, schauen wir mal. Ja, Comedy, es ist nicht zwingend so, dass da nur Comedy, hallo, dass da nur Comedy gegeben wird, sozusagen. Sondern es gibt da auch so zwei Pianisten, die dann so Dwelling Pianists oder so heißt das Ganze. Also, das ist dann eben auch was, was jetzt nicht irgendwie nur zu verstehen ist, wenn man jetzt Fan von britischem Humor ist oder so. Also, das ist schon ganz gut gemacht, dass man hier also während der Europakreuzfahrten sagt, so, ja, das ist jetzt, wir sind da jetzt also so ein bisschen vom Programm so, dass wir das so machen, dass es für alle verständlich ist. Diese Zirkusshow übrigens in einem Spiegelzelt, die ist sogar so, dass man da eigentlich überhaupt gar keine Sprachkenntnis, aber auch, weil schlicht nicht, quasi gar nicht gesprochen wird. Viel mit Zeichensprache, so der Clown, also mehr Pantomime, ne? So, haha, jetzt geht es auf das Oceans Bar & Grill. Ja, das ist das traditionell etwas düstere 24-Stunden-Restaurant auf den norwegischen Schiffen. So, 24 Stunden, im Moment gar nichts los. Und hier kann ich bowlen. Kostet das gar nichts? Achso, ne, die Kugeln kriege ich natürlich so werfen, aber ich meine, was nützt es, die Kugeln zu werfen, wenn da keine Kegel stehen, ja? So, ja, drei Kegelbahnen an der Zahl. Gehen wir wieder zurück. Ja, also hier kann ich, wenn ich möchte, nachts irgendwie noch einen Burger bekommen oder so, ja? Das ist überhaupt gar kein Problem. Kann ich aber auch frühstücken, wobei das jetzt für mich so ein Platz ist, den ich nicht so bevorzuge, ja? Das ist so, ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so ganz optimal. So, guck mal, hier ist irgendwie so ein riesiger Bildschirm. Please insert the Just Dance 4-Disc. Ja, da stimmt was nicht, das ist nicht so geplant, glaube ich. Und, ja, Burger habe ich hier einmal gegessen, fand ich ein bisschen trocken. Also der war irgendwie, ja, zu lange gebraten und das Brötchen war, hello, Brötchen war trocken und, und, und so. Aber ansonsten Essen im Großen und Ganzen auf dieser Reise ja echt ganz gut. Also nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht, nur weil es das Einzige ist, wo ich jetzt mal was zu sage zum Essen. Hier ist, ja, guck mal, da hinten sieht man so, öppda, so Fernseher mit Sport, mit Sport. Und, ja, hier ist dann die O'Sheehan's Bar. Ja, und jetzt sind ja unsere amerikanischen Freunde nicht nur die große Fans von Casinos. Yay! Und deswegen ist auch hier auf diesem Schiff ein sehr prominent, muss man so wirklich sagen, ein Casino integriert. Ja, also, das ist schon so, ja? Auf einigen, auf vielen, vielen anderen Schiffen ist es ja mittlerweile, oder, was heißt mittlerweile, auf vielen anderen Schiffen ist es so, dass man das ein Tick defensiver integriert, das Casino, weil man irgendwie jetzt nicht alle Leute da jetzt durchjagen will, sondern das soll dann halt wirklich nur für die sein, die sich wirklich dafür interessieren. Also es ist nicht so, dass man es jetzt versteckt oder so, aber, dass man es so prominent hier auf das mittlere Deck in so einer riesigen Größe baut, und das ist relativ, ja, das ist, sage ich mal, relativ ungewöhnlich. Ja, also das ist so eine Eigenheit von Norwegien. Aber das ist eben so, dass, ja, dass man da wahrscheinlich ganz gute Erfahrungen gemacht hat, weil am Ende ist natürlich immer die Überlegung, ja, wie setze ich den Platz am sinnvollsten ein, um damit dann wie viel Geld zu verdienen. So, darum geht es am Ende. Also, The Cavern Club, Liverpool, so, das ist hier, das hieß vorher anders. Ich habe vergessen, wie, hat man jetzt umgebaut. Ja, ach, da war Livemusik, da war Livemusik. Und meine Kabine muss irgendwie relativ nah hier drüber sein. Deswegen, das hat noch gewummert, da bis Nacht, bis nach Mitternacht. Das war irgendwie nur, muss man ganz ehrlich sagen, nur so mitteloptimal. So, hier war, aber dann, das habe ich aber vorher gesehen, also, es hat jetzt nicht nur gewummert, sondern es war auch so, dass Leute hatten wenigstens ihren Spaß, ja. Es war jetzt nicht so, dass sie nur der Musik gemacht, nur Krach gemacht haben und es hat niemandem genützt. Nein, nein, es war schon so, da wurde richtig abgefeiert. Also, da eher älteres Publikum, Cavern Club. So, jetzt sind wir hier bei dieser besagten Bar, wo man nicht in die Getränke spucken kann oder soll. So, das ist hier. Achso, ja, bei Spucken, von wegen. Da sind dann also hier so Glasplatten darüber, aber das nur ganz am Rande. Ja, hier der Manhattan Room. Der Manhattan Room ist neben den französischen Spezialitäten-Restaurant, das wir, denke ich, auch noch sehen. Das einzige Restaurant, wo man abends nicht in Shorts reingehen darf. Ja, ja, jetzt proben die dann, ne. Also, wir springen von hier nur einmal ran, ich will da jetzt nicht, oh, die Tür geht schon wieder zu. Ja, gut. Das ist also hier eines der Hauptrestaurants. Ein anderes gucken wir uns gleich noch an. Und zwar ist das das Taste. So, ja, wieder vorbei an den ganzen Automaten. Hier ist jetzt das Shanghai, das Chinese Restaurant oder auch Nudel Bar im Reisepreis enthalten. Kein Wunder, Nudeln sind ja eine relativ günstige Angelegenheit, also das würde ich auch in den Reisepreis inkludieren. Ja, umso besser, umso mehr Nudeln die Leute essen, umso weniger Rinderfilet essen sie dann, ist doch immer gut. Gut, so, das ist einmal hier. Gucken wir da mal lang. So. Und wieder zurück. Ja, also wirklich, diese Verwebung des Casinos mit allem anderen ist sicherlich ein Markenzeichen von Norwegian Cruise Line. Ist das jetzt nun störend mit diesen Casinos? Ich meine, gut, jetzt muss man sich noch so bling, 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 so Geräusche und so vorstellen. Ja. Dann wird hier auch geraucht. Wobei der Rauch dann hier abgezogen wird, hört man gerade. Hier eher so. Genau. Und ja, ist das jetzt störend? Ach, ich weiß nicht, ich nehme das dann eigentlich als gegeben irgendwie hin, dass so ein Casino irgendwie dazugehört bei internationalen Rädereien, dass das halt ein wichtiger Erlösfaktor ist. Das ist so, ja, weiß ich nicht, ist es eigentlich egal, ob es im Casino ist oder nicht. So, hier gucken wir runter. Hier ist das Bedienrestaurant Taste. Manchmal geöffnet mittags, meistens oder immer geöffnet zum Frühstück und eben auch zum Abendessen. Menü aber, ja, 100% weiß ich nicht. Zu 99% sage ich, ist es identisch mit dem Manhattan Dining Room. Ja, gestern haben wir da gesessen. Ja, das ist auch, sag ich mal, auch ungewohnt, dass man so vom Casino direkt dann hier so runtergucken kann auf das Taste. So, jetzt hier, Modellkaufhaus, Rolltreppe. Jetzt geht es nach unten. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch zu sehen haben auf diesem Deck dann. Unter anderem eine Kunstgalerie. Haha. Ja, aber hier noch der Eingang eben zum Taste. Heute Mittag gibt es hier nichts, weil halt Hafentag ist. Ja, können wir vielleicht noch ein bisschen reingucken. Ja, guck mal, hier ist die Tür nicht zu. Wahrscheinlich kann man die auch gar nicht zumachen hier, dieses... Doch, kann man. Ja, also hier sitzt man dann. Ja, ist ganz hübsch, auch mit Tageslicht. So. Hier ist dann wieder eine Bar. Also an Bars mangelt es nicht. Sind, glaube ich, über 20, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier auch ganz wichtig, hier ist eine Kaffeebar. Die ist aber halt auch nicht inklusive für die Deutschen. Das ist dann eben extra zu bezahlen tatsächlich. Also, gut. So, hier ist dann ein Fotostudio. Und hier ist dann ja so der Atriumsbereich, wo es dann auch teilweise Aktionen gibt. Und hier gehen wir mal vorbei an der Rezeption. Guest Services. Ja, auch hier schön mit Tageslicht. Wunderbar. Dann kann ich dort meine nächste Kreuzfahrt buchen. Da. Cruise Next. Und hier kann ich Ausflüge buchen. Ja, die Ausflüge bei unseren amerikanischen Freunden tendenziell etwas teurer. Vier Stunden Ausflug heute nach Pompeji. Habe ich jetzt gerade mal so präsent im Preis. 109 Dollar für Erwachsene. Also, das ist schon einiges. So. Ah ja, hier ist jetzt Le Bistro. Das französische Restaurant. Hallo. Maya Veloc. Ja. Das ist das französische Restaurant, wo wir heute Abend essen. So. Elegant. Ja. Wurf Cliquot Werbung. Für alle, die Champagner mögen. So. Soweit sehr schön. Ein bisschen gediegen. Na ja, das ist halt dieses Feel Free, wie es jetzt genannt wird von Norwegian Cruise Line. Ja, was eben bedeutet, man hat riesige Möglichkeiten, viele verschiedene Möglichkeiten zu essen. Und ist jetzt nicht darauf angewiesen, nur auf eine. So, das hier ist umgebaut worden. Das ist hier der Bereich der Fotogalerie. Jetzt überall mit Bildschirmen. Das wurde also in der Werft verändert, denn, ja, das ist jetzt die Technik, für die man sich entschieden hat. Und hier werden dann die Papierbilder bereitgelegt. Ja, in diesen Ordnern, da ist dann immer jeweils eine Nummer. So, jetzt kommen wir gleich noch hier in weitere Bereiche, die umgebaut wurden. Hier. Schauen wir hier mal rein. So. Also hier einmal so ein Raum, wo gespielt werden kann. Guck mal, hier alles gleich mehrfach vorhanden. Dreimal Monopoly. Macht dreimal die Schlossallee. Wunderbar. So. Ja, das ist interessant hier. Irgendwie nochmal ein anderer Look. Ja. Wahrscheinlich hat man dieses Holzfurnier, was man hier anderweitig verarbeitet hat, nicht mehr bekommen. Sieht ein bisschen anders aus. So. Und dann hier. Wird schon ein bisschen ruhiger sein. Eine Bibliothek. Ja, hier kann man jetzt zum Beispiel so ganz nett sitzen. Bücher gibt es auch. Und es gibt auch noch, lohnt sich heutzutage kaum noch, einige wenige Internetrechner. Also lohnt sich insofern kaum noch, weil die meisten ja ein Smartphone oder Tablet haben. Internetnutzung. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, was den Preis angeht, 10. Unfassbar teuer. 95 Cent pro Minute. Ja, also das ist wirklich, ja, so, dass man eigentlich fast nur abraten kann, das zu benutzen. Dann für 95 Cent die Minute. Es gibt dann Pakete. Teilweise habt ihr in Deutschland bei der Buchung mal 250 Minuten mit drin oder so. Diese 250 Minuten kosten, glaube ich, 119 Euro. Das ist also auch tatsächlich alles nicht mehr zeitgemäß, muss man definitiv sagen. Ja, also ich würde eh dazu raten, schaut lieber, was ihr mit eurem Handyprovider machen könnt, ob der nicht, teilweise sind die Auslandstarife heute nicht mehr so teuer. Also teilweise weltweit 50 Megabyte, wo man relativ weit mitkommt an so einem Tag für 2,99 Euro. So, hier jetzt auch noch die Kunstgalerie. Ja, Exit This Way heißt, da geht es heute zur Gangway in Neapel. Kunstgalerie, Kunstgalerie, Kunstgalerie. Und das ist die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Kriege ich das ein bisschen heller hin? Jetzt zur Verabschiedung im Halbdunkel. Ist noch ein bisschen blöd. Stell ich mich einfach mal hier ins Scheinwerferlicht. Ja, also ich hoffe, das war spannend für euch. Wie immer interessiert mich natürlich in den Kommentaren, wie euch das gefallen hat. Die Norwegian Epic. Also schreibt das da mal rein. Jo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Ihr solltet bitte gerne immer über meine Links buchen, denn dann sichert ihr euch viele weitere Videos. Also Link in der Videobeschreibung. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.